Musik Im Südosten Sibiriens liegt ein Wunder der Natur, der Baikalsee. Die Einheimischen nennen diesen schier endlosen und sehr tiefen See das heilige Meer. Sein Wasser ist sauber. Er enthält ein Fünftel der weltweiten Süßwasserreserven. Der Baikal, die Perle Sibiriens, beherbergt tausende Tier- und Pflanzenarten, ein einmaliges Ökosystem. Die Natur ist weitgehend unberührt und der Tourismus hat noch keinen Schaden angerichtet. Musik Jedes Jahr kommen rund 30.000 Besucher. Die meisten sind extrem Touristen, denn unsere Straßen und Hotels sind in einem nicht allzu guten Zustand. Doch jeder findet sein ganz persönliches Glück am Baikalsee. Manche kommen, um seine einzigartige Natur zu bewundern. Andere wollen fischen oder sich mit ihrer Familie ausruhen. Und dann gibt es noch die Wissenschaftler. Jeder hat ein anderes Ziel. Bevor man sich dem Ufer nähert, sollte man an einer heiligen Stätte im Wald den Schutzgeistern des Sees, Fisch, Milch und Wein opfern, um sie zu besänftigen. Musik Die Einheimischen, die Buryatten, pflegen ihre uralte Schamanenkultur. Bei manchen Riten verfallen die Schamanen in einen Trance-Zustand und nehmen angeblich mit den Geistern Kontakt auf. Musik Schamanismus ist der traditionelle Glaube unseres Volkes, der Buryatten. Unsere Vorfahren haben seit jeher daran geglaubt und unsere Kinder werden diese Tradition weiterführen. Der Baikal ist einer der heiligsten Plätze für die sibirischen Schamanen. Die Natur und der Geist des Sees sind voller Energie, die jeden Menschen und all seine Nachkommen mit der Kraft des Universums, der Erde und den Völkern verbindet. Musik 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 Das heilige Meer ist etwa so groß wie Belgien und friert im Winter zu. Die dicke Eisdecke schmilzt erst Ende Mai und die Region ist das ganze Jahr über eher kühl. Perfekte Bedingungen für die Fauna und Flora Sibiriens. Der See liegt über einer tektonischen Spalte. Entlang des Ufers sprudeln zahlreiche heiße Quellen aus der Erde. Sie sind bekannt für ihre heilenden Kräfte und ziehen viele Besucher an. Die Stille dieses Ortes erinnert an den Buddhismus, einen Glauben, der hier weit verbreitet ist. Die Schamanenkultur hat sich seit der Zarenzeit mit den Einflüssen von Buddhismus und Christentum vermischt. Natürlich gibt es Interessenskonflikte zwischen den hohen Vertretern der Schamanen und der Buddhisten. Doch die meisten Menschen scheren sich nicht darum. Sie bitten die Buddhisten und die Schamanen um Rat, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ihnen ist es wichtig, in Harmonie zusammenzuleben. Die Buddhisten verehren die unberührte Natur des Baikasees und sind mit den Schamanen einer Meinung. Dieses einzigartige Meer ist heilig. In der nächsten Ausgabe werden wir die Volga entdecken. Der längste Fluss Europas ist Teil der russischen Geschichte und Kultur. Eine Reise auf der Volga in zwei Wochen in Russian Life. Untertitelung des ZDF für funk, 2017